Hallo und herzlich willkommen, hier ist der Thomas von World Gameplay und hier ist wieder Twilfil, verrückter Achterbahn, das Let's Test. So, Spiel laden. Bei dem Let's Test bleibt es auch, es wird hier kein Let's Play geben davon, ja. So. Was? So, ich mach mal lalalalalalalalalalalalalalalalalalalala. Musik weg. So. Okay, zurück zum Park. So, Musik ist jetzt weg. Was denn, krieg ich hier Schwierigkeiten? Wenn es euch gefällt, macht ein Daumen hoch, Abo, freut mich genauso und es wird kein Let's Play geben, es bleibt dabei, ne, beim Let's Test. Bei dem einmaligen zwei Videos da. Es lädt, es lädt, es lädt, lalalalalalalalalalalalalala. Ah. So. So, und gehen wir mal hier rein. Spielen. Warte mal. Ne, ne. Das hat man letztes Mal schon, ne? Ja, genau, das hat man schon. Gehen wir mal weiter. Das, das spielen wir jetzt. Zack. Spielen. Jawohl. Spielen wir. So, sammle dir heruntergefallene Waffen auf, um dir Feuerkraft zu steigern. Okay. Äh, WRSD. Schnell zielen. Halten, nachladen, da, schießen das. Okay. Los. Los geht's. Hä? Hä? So. Oh Gott. Oh Gott. So. Also einfach nur diese Dinge hier, äh, treffen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. So. Jawohl. So. Jawohl. Eine Minute noch! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Was denn? Warum geht das jetzt? Was denn? Warum geht das jetzt? Ja! Ja! Sehr gut! Das hat Spaß gemacht! Nur schießen, schießen, schießen! Jetzt laden wir wieder und gehen zurück in den Park! Okay! Jetzt schauen wir mal! Was gibt es denn da hinten? Was ist denn das da? Was ist das? Neuer Entwurf! Ah, okay! Schön! Jetzt gehen wir mal da hin! Okay! Wo geht es denn da hin? Huh! Coaster! Okay! Was ist denn da hin? Wollen wir mal! Wollen wir mal! Was gibt es denn da oben? Ah! Wasserbahn! Cool! Fahren! Ja! Will ich! Ja! 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 Oh Gott! Huh! Okay! Schön! Das war die Wasserbahn! Gut! Weiter! Was gibt es noch? Gehen wir mal da lang! Was gibt es denn da hinten? Ah! Warte mal! Da ist auch noch was zum einsammeln hier! So! Da ist auch noch was! Was ist das? Auch Geld! Gut! Gut! Gehen wir wieder zurück! Anscheinend war es das auch schon! Neue Mission! Manipulation! Okay! Kann man hier irgendwie mitfahren? Huh! Zitlerville! Gibt es da noch! Da war ich noch gar nicht oder? War ich da schon? Ich muss aufs Klo! Was aufs Klo? Ja dann geht doch! Was ist jetzt das Bier? Dass ich aufs Klo muss? Das... Ne das machen wir nicht! Das haben wir ja erst! Ne das ist wieder hier! Das ist nichts neues! Okay! Zurück! 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 Lalalalala! Lalalala! Da hoch will ich! Genau! Was gibt es da oben? Hä? Da nicht! Limmostand! Spiele! Erreiche Kombos mit Hilfe einer Goldmünze! Was? Links, rechts und schießen! Achso! Achso! Also immer 3! Gut! Okay! Grün! Da hin! Also das ist... Huch! Hallo! Das wollte ich gerade... Konzentrier dich! Wofür bezahle ich dich eigentlich nicht? Okay! Neustart! Okay! Oh! Das war nix! Hm? Okay! Verdammt! Ausgezeichnet! Weitest du die Mitternachtsschicht! Okay! Yeah! Oh! 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 So! Jetzt aber! Lataka! Geschafft! Oder? Hoffe ich! Jawoll! Level abgeschlossen! Nächstes Level! Oh Gott! Scheiße! Nein! Ich wollte doch das da! So! Jetzt das da! Und hier noch! Na man! Oh! Ja! Jawoll! Äh? Was? Was? Okay! Gut! Gut! Weg! Und weg! Okay! Gut, das war's dann hier von Twelfill, verrückte Achterbahnen. Mehr gibt's auch nicht mehr. Gibt's schon noch was, aber, äh, ja. Die machen wir jetzt nicht mehr, weil sonst dauert das Video zu lang. Auf jeden Fall habt ihr jetzt mal einen kurzen Einblick in Twelfill gemacht, wie das aussieht. Und dann sag ich mal, bis zum nächsten Letztest-Video. Bis dann, tschüss.